Die Sniper Elite Reihe ist bekannt dafür, der wohl beste Shooter mit Scharfschützenfokus im 2. Weltkrieg zu sein. Nicht, dass es da so viel Konkurrenz gäbe. Wie sieht es aber aus, wenn wir das Ganze ad absurdum führen? Kannst du Sniper Elite 4 ohne Scharfschützengewehr durchspielen? Die einzige Regel, die es zu berücksichtigen gilt, ist, dass ich kein Scharfschützengewehr abfeuern darf. Der Rest meines Arsenals steht mir natürlich weiterhin frei zur Verfügung. Ich starte also direkt ein neues Spiel auf Normal, um mich nicht zu sehr zu quälen. Immerhin werde ich das Spiel auf eine Art und Weise durchspielen, die die Entwickler nicht geplant hatten und es gibt keine Möglichkeit, die Mission ohne Scharfschützengewehr zu starten. Immerhin kann ich meinem Charakter dabei zusehen, wie er einen Schlaganfall hat. Tutorial übersprungen, ich habe in den letzten 20 Jahren den ein oder anderen Shooter gespielt und weiß, was auf mich zukommt und auf geht es in die erste Mission mit einer dieser coolen Zwischensequenzen. Nachdem die Alliierten den Afrika-Feldzug gewonnen hatten, planten sie die Invasion Italiens, welches die Schwachstelle der Achse sein soll. Einen Blick auf Mussolinis Erfolge im Krieg geworfen und es stimmt. Unsere Aufgabe als Carl Fairburn ist es nun, den Invasionstruppen den Weg zu ebnen und Kontakte mit dem Widerstand zu knüpfen. Konkret untersuchen wir aber in der ersten Mission den Untergang eines alliierten Kriegsschiffes, welches wohl mit damals neuartiger Raketentechnologie versenkt wurde. Auf der Suche nach Infos, etwas das wir noch sehr oft tun werden, heißt es nun also, Nazi-General Schmidt töten und an seine Befehle rankommen. Als Scharfschütze können wir natürlich neben gut zielen, auch schleichen, klettern, sind gut im Nahkampf und können vermutlich auch noch gut mit Kindern. Beim Überblicken des ersten Levels habe ich festgestellt, dass ich außerdem Dinge mit meinem Fernglas markieren kann. Keine Sorge, falls ihr denkt, das sei unrealistisch, das lernt man in der Grundausbildung. Ich lasse einen Truck explodieren, um die Aufmerksamkeit der Gegner darauf zu lenken, schleiche über die Insel, sehe ein optionales Ziel, für das ich vier Offiziere ausschalten muss und entscheide mich, das nicht zu tun, fliege auf und habe jetzt die Aufmerksamkeit aller Deutschen in Italien? Okay. Ich laufe zur Villa meines Ziels, was überraschend gut funktioniert, bis ein Gegner durch Zufall den Tank eines Lasters trifft und ich in die Luft fliege. Ich habe dann versucht, das Ganze etwas subtiler anzugehen, doch es endete trotzdem darin, dass ich durchlaufe und die verwirrten Feinde einen nach dem anderen in der Villa ausschalte. Bis ich dann den General getötet habe, der zu meiner großen Überraschung wie ein einfacher Soldat an vorderster Front gegen mich gekämpft hat. Gute KI. An seiner Leiche finde ich den Schlüssel zu seinem Tresor, in welchem ich nähere Infos zu Deutschlands Raketen und einem gewissen Andreas Kessler, einem Raketenwissenschaftler, finde. Ähnet ihr euch noch, als ich gesagt habe, die vier Nazi-Offiziere zu töten wäre optional? Tja, ich habe mich geirrt. Also schnell noch die letzten drei ausgeschalten und ich verlasse die Insel per Boot. Da wir nun wissen, dass die deutsche Raketenbedrohung real ist und uns wehtun kann, auf in eine idyllische Küstenstadt und Kontakte mit dem Widerstand knüpfen. Seht ihr die schöne italienische Flagge im Wind wehen? Das Grün steht für ihre Oliven, das Weiß für ihren Mozzarella, das Rot für den guten Wein und das Blau für die Anzahl an Weltkriegen, in denen sie nicht die Seite gewechselt haben. Nachdem ich etwas abhänge und einen Soldaten töte, schleiche ich mich den gesamten Hafen entlang, bis ich bei einer Kirche ein Mausoleum finde, das ich leider nicht betreten kann. Also ab durch die Stadt, in der erstaunlich wenig Nazis sind, naja, abgesehen von denen hier, und ich betrete das leere Hauptquartier des Widerstandes, in welchem ich einige Rucksackladungen finde und erfahre, dass sich der Widerstand auf zur örtlichen Burg gemacht hat. Auf dem Weg zurück zur Kirche, eliminiere ich einen Offizier und sprenge mich ins Mausoleum rein. Nur um beim Verlassen zu bemerken, dass die Tür jetzt offen ist. Danke für gar nichts Spiel. Ich sterbe beim Versuch, mich an den Deutschen vorbeizuschleichen und nehme nun einen anderen Weg zur Burg. Keinen zwangsweise besseren, da ich fast erneut sterbe, doch töte ich dort einen Funker, bevor er Verstärkung rufen kann, und zerschmettere seinem Kollegen das Gesicht, bevor ich schlussendlich das Burgtor mit der wohl langweiligsten Explosion der letzten zehn Jahre öffne. Drinnen erwartet mich Sophia, die Anführerin des Widerstandes. Wie auch immer sie da reingekommen ist, wenn das Burgtor bis gerade eben zu war. Wie zu erwarten war, wird uns der Widerstand gerne helfen. Zumindest, wenn wir davor für ihn ein Eisenbahngeschütz ausschalten, das ihnen Probleme bereitet. Als Scharfschütze hat Karl ja auch einen Vorteil gegenüber einer Kanone mit einem Gewicht von ungefähr alle Nebenaufgaben ignoriert, entscheide ich mich dazu, eine Abkürzung zu nehmen. Seht ihr dieses Schild? Es bedeutet, dass man auf dem Gelände voraus prima Fußball spielen kann. Zwei Minen entschärft und ich folge dem Fluss unentdeckt, bis ich einen Gegner mit meiner schallgedämpften Pistole ausschalte und weiterschleiche. Als ich mich dem Viadukt allerdings näherte, traf ich zum ersten Mal auf Scharfschützen, welche man an ihren Battlefield-3-Taschenlampen erkennt. Sie entdecken dich nicht sofort und damit meine ich, sie entdecken einen so gut wie überhaupt nie, aber da ich sie auf diese große Distanz ohne Scharfschützengewehr nur schwer ausschalten kann, geht es von Busch zu Busch näher an einen von ihnen heran, bis es dann doch geht und ich mich bei diesem Haus hier verschanze. Um das Halbkettenfahrzeug kümmere ich mich, indem ich mit der Pistole durch den Fahrerschlitz schieße und es dann mit einer Rucksackladung in die Luft sprengel. Ich töte mehr Deutsche auf dem Weg runter zu einem Stützpfeiler der Brücke und diese eine Rucksackladung wird reichen, um alles einstürzen zu lassen. Ja, nee, ist klar. Also weg von der Brücke und ich soll nun eigentlich mit meiner Sniper die Rucksackladung treffen. Ich habe mehrmals neu laden müssen und war schon kurz davor, es einfach mit dem Scharfschützengewehr zu tun. Doch am Ende treffe ich dann doch mit dem Sturmgewehr und die Brücke stürzt samt Eisenbahngeschütz und deutschen Soldaten, die wohl einen schlechten Tag erwischt haben, ein. Ganz nebenbei hat sich dann noch jemand entschieden, Mitglied auf meinem Kanal zu werden. Und diese Gelegenheit nutze ich doch einfach mal schamlos aus, um euch mitzuteilen, dass gerade mal 20% meiner Zuschauer Abonnenten sind. Wenn euch das Video also gefällt, dann abonniert mich und aktiviert die Glocke, um keines meiner Videos mehr zu verpassen. Auf in die nächste Mission, in der ich im Wesentlichen ein paar Scheinwerfer und Flaggeschütze ausschalten muss, damit eine unserer Fliegerstaffeln den Hafen in Grund und Boden bomben kann. Allein schon bei der Anzahl der ganzen Gegner wusste ich, dass Durchschleichen super anstrengend sein würde. Und so packe ich das Sturmgewehr aus und renne einfach auf die Gegner zu. Eine Run-and-Gun-Elite quasi. Durch Zufall finde ich einen Save mit Infos zur Fracht, die hier verschickt wurde, deutsche Raketen, falls ihr es vergessen habt, schalte die erste Flak aus, finde einen Impfstoff, den die Deutschen wohl dazu benutzen wollen, um den alliierten Autismus zu verpassen und trete aus Versehen eine riesige Schießerei los, nach der ich erst mal ein deutsches Waffendepot plündern musste. Ich bin nicht zu 100% sicher, aber nachdem ich die Anlage von 99% der Keime befreit habe, der Witz funktioniert im Englischen wesentlich besser, brauchen wir den Luftschlag gar nicht mehr. Ich habe in dieser Lagerhalle mehr Deutsche getötet als die Russen in Stalingrad. Jedenfalls noch einem Scheinwerfer das Licht ausgeknipst und ein Gegner ruft Verstärkung, was mir herzlich egal ist, da ich die Mission zwei Sekunden später beende und meine Flieger alles dem Erdboden gleich machen. Wisst ihr, wer ein besserer Verbündeter ist als Italien? Die gottverdammte Mafia! Also werden wir uns ihre Unterstützung als nächstes sichern. Und als jemand, der JoJo's Part 5 gesehen hat, muss ich sagen, dieser Mafiosi sieht gar nicht aus wie ein schwuler Crossdresser. Hey, 0 von 10! Damit er uns hilft, sollen wir Capo, einen italienischen General, der das Kloster hier besetzt hält, ausschalten. Ich bringe einen LKW mit meiner Pistole zum Explodieren, töte die anrückenden Soldaten, fliege am Ende auf und werde nach einer kleinen Schießerei wieder von den meisten Gegnern ignoriert. Schieben wir es auf die Unfähigkeit des italienischen Generalstabs. Habe ich recht, Mussolini? Oh. Über 20 Minuten hinweg habe ich mich dann an dieser Gegnergruppe vorbeigeschlichen. Noch einen italienischen Panzer beschädigt, was niemanden zu stören scheint, anscheinend ist man Fehlfunktionen gewohnt, und konnte dann endlich den Außenbereich des Klosters betreten. Im Keller eines Hauses habe ich den geheimen Eingang in den Weinkeller des Klosters entdeckt, tötete einen Scharfschützen im Glockenturm und habe nach langer Suche Kapo in der Kirche im Faustkampf getötet. Auf dem Weg raus habe ich noch zwei weitere Gegner eliminiert. Und nun soll ich noch zur Krönung des Ganzen eine Garnison säubern und ihre Artillerie unschädlich machen. Das Ganze war, wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt, kein großes Problem mit einem Sturmgewehr, auch wenn ein Gegner einen Artillerieschlag auf meine Position gefordert hat. Ist die Artillerie nicht genau hier im Vor? Schießen sie auf sich selbst? Nachdem ich die meisten Gegner getötet habe, kümmerte ich mich dann noch um diese eine Artilleriekanone, die anscheinend den gesamten alliierten Vormarsch zu mir liegen gebracht hätte. Diese eine Kanone. Haha! Nächste Mission! Andreas Kessler, der dicke Mann, der die Raketen baut, ist in einer Küstenstadt gesichtet worden und ich soll ihn entführen. Ab hinterfeindliche Linien und nebenbei noch die riesigen Geschütze der Italiener ausschalten. Viel ist aber sonst nicht passiert. Nach einer Schießerei in der Fabrik habe ich diese dann lahmgelegt, um Kessler dann betrunken am Ende des Levels zu finden und ihn in einen Laster zu schaffen. Wie auch immer der unbemerkt in die Anlage kam, nachdem ich 90% der Gegner einfach ignoriert habe. Aber hey, Mission erfüllt! Wir verhören Kessler und warum zum Fick sieht er so aus, als würde er Gaming-Fakten-Videos machen. Bin ich der Einzige, der das sieht? Ach, egal. Er will nicht mit den Infos rausrücken. Also werden wir erneut einen General töten, um an seine Befehle zu kommen. Ich schleiche mich zunächst außen an den meisten Wachposten vorbei und töte fleißig Deutsche, bevor ich dann ein bisschen zu viel Munition für meinen Geschmack schlucke, hätte auf schwer spielen sollen und dann nach einem weiteren toten Deutschen einen Scharfschützen hinter einer italienischen Flagge töte. Hier seht ihr im Übrigen den Grund, warum er nie in einem Restaurant Schluss macht oder seine Familie mitnimmt. Ich zerstöre eine Flagg auf einer Brücke und schleiche mich nun in die Villa auf der Insel, was nicht ganz so gut klappt. Mehr Screentime fürs Sturmgewehr. Ich töte noch den General und klug wie er war, hat er den Tresor mit seiner Korrespondenz nicht in seiner Villa, sondern in einem Bunker außerhalb der Stadt versteckt. Er gibt ja auch so viel Sinn. Auf dem Weg dorthin habe ich dann noch zwei Deutsche bei ihrem Abendgebet getötet, den Tresor dann mit dem Schlüssel des Generals geöffnet und schlussendlich auch diese Mission beendet. Die Infos haben was ergeben. General Böhm, der Mastermind hinter dem Raketenangriff, plant die gesamte alliierte Flotte auszulöschen und den obersten Heerführer der Amerikaner, General Eisenhower, zu töten. Auf also in die Fabrik und die gesamte Produktion lahmlegen. Ja, ganz ohne Filler-Mission, ist ja immerhin kein Call of Duty. Ganz ehrlich, ich liebe die Optik der Alpen in dieser Mission. Es geht über einen gefrorenen Fluss, über die Leiche eines Gegners, immer rechts entlang, wo ich einen Wachposten bestehend aus einem einzigen Soldaten ausschalte und dann finde ich wohl so etwas wie den leicht bewachten Seiteneingang. Die beiden Gegner hier hatten keine Ahnung, wie man sich gegenseitig deckt und so konnte ich einfach an ihnen vorbei. In der Anlage habe ich dann weitere Gegner getötet und Raketen sabotiert, bevor ich dann weitere Infos sowie ein Halbkettenfahrzeug gefunden habe. Letzteres habe ich mit einer Ladung TNT unschädlich gemacht. Das hat zwar alle Gegner in meiner Nähe alarmiert, aber sonderlich schwer, sie mit meinem Sturmgewehr zu töten, war es nicht. Weitere Ziele der Rakete gefunden, einen Panzer mit etwas zeitverzögertem Dynamit ausgeschalten, was auch immer der mitten in dieser Anlage hier macht, und nun einige Gegner getötet. Das mit dem Schleichen habe ich hier zwar verkackt, aber die KI konnte mich zum Lachen bringen und als Dank konnte ich sie dann von hinten überraschen. Mehr sabotierte Raketen später, habe ich dann einen Generator oder so ähnlich in die Luft gejagt und dann die Zerstörung der Anlage per Luftschlag angefordert. Doch oh oh, wer überrascht uns da? Der Main-Villain des Spiels. Ja, er existiert, bisher haben wir ihn nur nie gesehen oder von ihm gehört. Er sieht mehr so aus wie ein Wirtschaftsstudent mit reichen Eltern als ein Nazi-General, aber wer bin ich, das zu beurteilen? Entscheidet einfach ihr, oben bei dem I! Er hält jedenfalls eine wirklich lange Ansprache. Tötet die Frau, die sich natürlich entführen hat lassen, und versucht zu fliehen. Wovor überhaupt? Ich bin nur ein Mann! Gut, mit meiner Gesundheitsregeneration und meinen Medi-Packs bin ich sowas wie ein Gott, aber trotzdem. Er nimmt einen Flieger und ich versuche ihn mit meinem Sturmgewehr am Abheben zu hindern. Moment, das war's? Wirklich? Das war kein wirklicher Höhepunkt. Die Anlage wird zerbombt. Die Flotte der Alliierten sowie Eisenhauer sind gerettet. Und damit habe ich Sniper Elite 4 ohne Scharfschützengewehr durchgespielt. Ganz ehrlich, ich hatte mit dieser Aufgabe wirklich viel Spaß und so werden wir Sniper Elite wohl mit der ein oder anderen Challenge wiedersehen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib ihm einen Daumen nach oben. Und an der Stelle möchte ich mich wie immer herzlich bei allen Mitgliedern bedanken, die diesen Kanal monatlich mit einem besonders großzügigen Beitrag unterstützen. Vielen herzlichen Dank! Wenn du mich auch unterstützen willst, kannst du das gerne schon für nur 2 Euro pro Monat neben der Abonnieren-Schaltfläche auf Mitglied werden. Damit bedanke ich mich wie immer herzlich fürs Zusehen und wir sehen uns dann Freitag, wenn ich versuche, Modern Warfare 2 ohne Nachladen durchzuspielen.